Mit Hilfe des Models zeigt Ihnen der Trainer die Unterschiede bzw. das Zusammenspiel der ISO-Werte in Bezug auf die Belichtungszeit. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich Bewegung einfangen kann. Dazu bin ich hier in einer recht normalen Lichtsituation, kein übermäßig starkes, kein übermäßig schwaches Licht und wir werden mal schauen, wenn ich ein Foto mache, wie dann die Kamera reagiert. Dazu werde ich den Craig nach vorne bitten, den ich dann fotografieren werde. Craig ist ein Tänzer und er weiß, wie man unterschiedliche Sprünge machen kann. Hey Craig! Craig, what kind of jumps can you do? I can do a split jump, with both legs in the air or a jump in second position with just one leg? Okay, I think the first one is cool with both legs high. Okay, thank you. So, ich werde jetzt eben den Craig mal fotografieren. Ich beginne mit einer Belichtungszeit von einem fünfundetel Sekunde bei ISO 100 und Blende 2,8. Okay, let's do this. Schauen wir mal kurz aufs Display und das zeigt uns eigentlich ganz klar, dass wir mit einem fünfundetel Sekunde bei ISO 100 sehr viel zu dunkel sind. Um einfach mehr Licht auf den Sensor zu bekommen, muss ich jetzt natürlich die Belichtungszeit nach oben stellen. Das mache ich jetzt mal kurz und gehe runter bis auf ein Zehntel Sekunde und fotografiere ihn noch einmal. Okay, Craig. Thank you. Wenn wir jetzt wieder auf das Display schauen, dann ist es ebenso klar, dass der Craig zwar schön beleuchtet ist, aber die Bewegung eingefroren haben wir jetzt nicht. Jetzt habe ich eine Möglichkeit, ich kann die ISO nach oben pushen und das werde ich jetzt mal kräftig tun, nämlich ich werde mal hochgehen auf eine ISO 320, 800, 1600. Ich gehe mal auf H, um die höchstmögliche ISO-Zahl zu erreichen. Und jetzt kann ich natürlich die Belichtungszeit verkürzen, damit ich seine Bewegung einfrieren kann. Da gehe ich mal runter bis zu einem Fünfundetzel. Wir gehen auf ein Tausendstel, um richtig knackig kurz zu fotografieren. Okay, last one, Craig. One, two, three, thank you. Wir schauen uns jetzt nochmal dieses Foto an und ich habe ihn nicht ganz so erwischt, wie ich ihn erwischen könnte, nämlich mit beiden Füßen oben. Aber was ganz klar ist, die Bewegung ist in diesem Fall eingefroren und das Foto ist gut belichtet. Was wir aus dieser Situation lernen können, ist, dass wir einfach in schwierigen Lichtsituationen dadurch, dass wir die ISO nach oben stellen können, wesentlich mehr Licht auf den Sensor bekommen und in diesem Fall auch Bewegung einfrieren können, denn die Belichtungszeit kann sehr verkürzt werden.